Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars und heute haben wir wieder was verrücktes. Wenn wir Skywars spielen, dann nie normal. Ja gut, wir werden jetzt gleich einfach mal neuer hier machen. Um es genau zu sagen, machen wir ein Feuerwerk der Gefühle auf jeden Fall. Dafür habe ich auf jeden Fall das Wolfsjungen-Kit, was glaube ich eigentlich unnötig ist, weil es gibt hier Blumen. Nein, es gibt Blumen. Okay, das ist perfekt. So, die Leute, die mich killen sollten, die denken sich auch wahrscheinlich so gleich, okay, was habe ich da bitte im Inventar? Ja, ich brauche keinen Powder. Dann wird das gecraftet, Leute. Zack. Ich muss vor allen Dingen bedenken, ich darf nicht so viel nehmen, weil ich brauche noch mehr Gunpowder. Ich kann nämlich einfach nur zwei Farben machen. Das reicht aber auch. Da haben wir ja jeder einen Teil. Das reicht. Wir müssen in die Mitte. Ich habe eine Enderpelle, du auch? Nein. Was hast du oben? So, das reicht für mich. Da, zack. Oh mein Gott! Und du hast doch Spinnen jetzt hier gelassen und einen Wassereimer. Ey, du hast überhaupt nicht gesehen, was ich gemacht habe, Mann. Das ist schon mal eine normale, genau. Perfekt. Hier, eine Feuerwerksrakete, die rot ist und eine, die gelb ist. So, da du früher gelb mochtest, kriegst du die gelbe und ich habe die rote. Alles klar. Soll ich den Feuerzeug machen? Oh, komm. Hui! Das ist so bescheuert. Das hat einfach, glaube ich, noch nie jemand ins Game House gemacht. Also, ich wüsste auch nicht, warum man das eigentlich machen sollte, aber ich... Ja, was machst du hier für ein Ding? Eine Treppe. Ach komm, jetzt haut da bitte nicht nach oben ab, ey. Und der hat Schneewelle. Hui! Ähm. Ich bin gleich tot. Ja, ich bin da. Oh Gott, du hast dir richtig gut abgelehnt. Oh mein Gott, oh mein Gott, guck mal was ist... Boah, der hat mega gutes Zeug. So. Ich denke, ich will. Sag ich doch, deswegen solltest du ihm Bescheid sagen. Hab ich noch! Warte, 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 warte. Kann das trotzdem machen. Wir haben ja gewonnen, dass das Feuer wechselt. Ende. Ich kann fünf Kugeln machen. Zum Geburtstag, viel Glück! Ich hab nur die Kugel. Zum Geburtstag, viel Glück! Ich hab nur die Kugel. Die rote Farbkugel da. Ey, warum sterben die Leute immer von alleine, Mann? Weiß ich doch nicht. Das wäre früh vielleicht geschaffen, ja. Ja, wahrscheinlich. Klar. So, weil natürlich jetzt keiner mehr in unsere Lobby kommen wollte und mit uns ein Feuerwerk erleben wollte, haben wir uns gedacht. Spielen wir einfach mal ne Runde noch. Können wir ja auch mal machen. Wissen wir auch nicht. Ich hab auf jeden Fall richtig krass OPs Zeug, muss ich sagen. Ja, ich auch. Achtung, der ist oben. Der rennt rüber. Ach so, ich mein unten. Der rennt rüber. Das hat ich fast selbst gekillt. Hast du ein Wassereimer? Ja. Ich hab auch einen. Guck nicht dahin, weil der unten runter hängt. Mach das hier weg. YOLO! Boom, boom, boom. Ja, klar, ein bisschen in der Luft geplatzt. Aber ehrlich, ne? Ich hab ihn gefunden. Oh Gott, Junge, mach doch nicht mit Holz zu, ey. Wo bist du denn? Unten. So, da. Und dann mach ich mir eine Brustplatte. Yay, und füll dir. Er wird sterben. Okay. Oh Gott, hier ist die Treppe ja schon zu Ende. Hab ihn. Du voll bist. Team 5 ist der alleine. Der ist alleine, ich geh hin. Der kann Rückstoß haben. Juck mich nicht, der ist am Baum. Hab ihn mit der Spitzhacke gekillt. Wollte mein Schwert natürlich nicht komplett verbrauchen dafür. Ich kann ihn anzünden. Als ob der da reingegangen ist. Nein, der ist runtergefallen. Ja, aber dann ist er trotzdem da rein. Wer hält der bitte aus? Der brennt einfach die ganze Zeit schon, alles klar. Der hat mich nicht einmal gebetet. Bei uns. Ach, als ob jetzt komm, bitte doch. Ja, ich hab Schneebälle. Komm, werf mal. Hey. Höher. Ja, der Baum ist im Weg. Ich hab ihn getroffen, aber. Ja, aber der hat sich nicht bewegt. Der Baum ist halt im Weg. Warum baut man sich immer hoch, Mann? Es macht einfach so gar keinen Sinn. Alles nur Pussys. Ich hab ihn runtergekickt, aber nicht ganz. Ah, der ist hier auf dem Baum irgendwo. Der ist hier unten. Kein Erinnerpölle. Kommt die noch an? Nein. Also die ist hinter der Base gefallen. Heilige Scheiße. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und... Ja, wenn ihr mehr von Skywalk sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Och, Mann. Wenn die Creeper noch fast explodiert. Ciao.